Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Klassentreffen 1.0 von Till Schweiger. Neuerdings schickt sich ja die deutsche Filmförderung an, etwas für die Frauen vor und hinter der Kamera tun zu wollen. Sieht man sich aber jetzt die üppig geförderte Stümperei von Till Schweiger an, dann kommt es einem vor, als wollte die Filmförderung hier sich ein paar Feigenblätter anlegen oder ein paar Bußübungen ausüben. Denn so einen Film darf man dann eigentlich nicht fördern. Denn Klassentreffen 1.0 ist ein zutiefst frauenfeindlicher Film. Solange die deutsche Filmförderung eine solche Produktion unterstützt, ist sie vollkommen unglaubwürdig. Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt einen Film mit solchen frauenfeindlichen Dialogen jemals gesehen zu haben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Film je gesehen habe, in dem Frauen so misogyn gezeichnet werden wie in diesem Film. Frauen sind hier entweder Schlampen, Furien, naive Dummchen oder naive Hausfrauen. Till Schweigers Tochter, die als Aufpasserin fungieren soll, wenn die drei Männer, gespielt von Till Schweiger, Milan Peschel und Samuel Finzi zum Klassentreffen fahren, scheint die einzige positive Frauenfigur zu sein. Doch halt, sie waltet als Stimme vermeintlicher Vernunft, indem sie darauf achten soll, dass Schweiger monogam bleibt und dann natürlich zu der naiven Hausfrau zurückkehrt. Doch die Tochter ist schließlich nur die Stütze dieses patriarchalen Systems. Sie schränkt die Libido ein, damit die Familie als einzig stadthafte, moralisch vertretbare Lebensform erscheinen kann. Finanziert wird diese Lebensform dann selbstverständlich von dem Ernährer. Einmal mehr spielt Schweiger den sexuell wie finanziell Potenten, der jederzeit, wenn es ein Problem zu lösen gilt, entweder die Börse öffnet oder seinen Hosenschlitz öffnet. Die Dialoge sind derart primitiv, dass Schweiger nun wirklich nicht mehr tiefer sinken kann. Während Bulgärhumor-Akrobaten wie Jadda Petov wohl auch noch in den schlechten Momenten eine gewisse Virtuosität an den Tag legen, findet man in diesem Film nichts davon. Das sind Dialoge wie, ey, warum hast du denn mit der gefögelt, nee, ich hab die gar nicht gebumst, ja, aber was soll dann immer die Rumpfickerei? Auf diesem Niveau passiert das alles. Die drei Männer um die 50, die sich für die Größten halten, werden im Laufe des Films ein bisschen klein gemacht, um am Ende dann aber als die Allergrößten zu erscheinen. Sie sind die Repräsentanten eines Bürgertums, das eigentlich jeglichen Halt verloren hat. Die Kirche verlangte ihnen wohl zu viel ab, Bildung legt ihnen vollkommen fern, politisch sind sie desinteressiert, die Lehre stopfen sie jetzt notdürftig mit hohl gewordenen Familienwerten, mit Konsum und natürlich mit Wellness. Bevor es zum Klassentreffen geht, verbringen sie einen Tag im Spa-Bereich eines Luxushotels. Wo der Geist längst verkümmert ist, pflegt man noch ein bisschen die Fassade, hinter der er einst wohnte. Man ruht sich von seiner eigenen Nichtigkeit aus, entspannt sich. Wo die Sexualität nur noch phalozentrisch gedacht und gelebt wird, muss man für alles andere Taktile dann bezahlen. Die Libido ist nur auf einen Fixpunkt konzentriert. Ganzheitliches Genießen, das gibt es nur noch in Form von Schlammpackungen und Peelings. So abgeschmackt diese in jeder Hinsicht enge Bürgerwelt ist, die hoffentlich bald zugrunde geht, so abgetroschen sind auch die Bilder und Farben. Der Sepia-Filter ist die reaktionäre Ästhetik für die reaktionären Inhalte. Wohlgemerkt, das ist jetzt keine Schweigerkomödie, die man mit anderen schlechten deutschen Komödien vergleichen kann. Auch nicht mit Komödien der 50er Jahre, die natürlich auch durchaus sexistisch waren. An einem Klassentreffen ist unfreinwillig wirklich ein Film über ein verwahrlostes Bürgertum, für ein verwahrlostes Bürgertum, das sich in einer gefährlichen Mischung aus Dummheit und Stolz festklammert an einer prüden Familienideologie und an einem alles fremde neue und intellektuelle ablehnenden Selbstverständnis, das einem sehr, sehr aggressiv eingehämmert wird. Die Familie ist das Allerallerallerwichtigste, so lautet die Botschaft, die einem mantraartig eingehämmert wird. Kitsch und Porno liegen dabei nah beieinander und werden zugleich fein säuberlich voneinander getrennt. Widerlich derb wird über Sex gesprochen, werden Frauen angemacht und angekrapscht, natürlich zwischendurch. Da schwingen sich die Herren auch noch auf, als Beschützer der Frauen aufzutreten, aber eigentlich ist alles pornofiziert. Sex wird nur in den Kategorien des Pornos gedacht, deshalb wird er von der familiären Welt dann natürlich auch getrennt. Dort ist der Raum für den Kitsch für Kalendersprüche. Doch räumt man diese Dekoration einmal ab und sieht dahinter, dann ist die Familie vor allem eines, eine Reproduktionswerkstatt. Hier wird sich fortgepflanzt, damit das repressive System aus falscher Moral, hohem Konsum und ungeheuerlicher Intoleranz fortbestehen kann. Der Film ist deshalb auch auffallend homophob und er ist deshalb auch perfide homophob. Auffallend ist, dass der Vater seinem Sohn empfiehlt, seinen Look zu entschwulisieren, weil der Sohn Haarspray verwendet. Auffallend ist, dass es natürlich in der Herrensauna zu einer heiklen Szene kommt und dann der Satz fällt, das ist doch keine Schwulensauna. Auffallend und erschreckend ist, dass die Männer tatsächlich in einem langen Dialog ernsthaft darüber debattieren, was denn für sie nun schlimmer wäre, einen Mann zu küssen oder ihn oral zu befriedigen. Perfide aber wird es, wenn es um das Hauptthema des Films geht, nämlich die Hämorrhoiden. Von diesen wird Finzi geplagt. Alle fünf Minuten gibt es deshalb einen dämlichen Hämorrhoidenwitz. Das Anale wird hier zur absoluten Tabuzone erklärt. Permanent sind die Männer von der Angst ergriffen, dass irgendwer in sie eindringen könnte. Selbst junge Männer nehmen sie als Gefahr wahr, nicht nur weil diese jungen Männer die Frauen ihnen ausspannen, sondern weil die jungen Männer einfach eine höhere Potenz haben. Besonders perfide wird es dann in einer Szene beim Arzt, in der sich Finzi seine Hämorrhoiden abtasten lässt. Als der Arzt bei der Behandlung mit dem behandschuten Finger in ihn anal eindringt, macht der Arzt dann ein besonders lüsternes Gesicht. Der Analverkehr wird hier metaphorisch als ekelhaft und pervers in Szene gesetzt. Die weiteren Dialoge des Films schreiben diesen Diskurs dann fort. Der schwule Sex wird zum einen der Lächerlichkeit preisgegeben, zum anderen aber auch in die Nähe einer Krankheit gerückt. Aber warum das alles? Ist das die übliche Homophobie, die man immer mal wieder in Komödien antrifft, die in gewisser Weise auch als harmlos zu betrachten wäre, wenn es eben nur das ein oder andere Witzchen ist, auf Kosten einer Minderheit oder so, was natürlich auch zu einer Komödie gehören darf. Die muss ja nicht immer den politisch korrekten Anforderungen entsprechen. Nein, das Ganze folgt hier schon einem höheren Zweck, den schon Herbert Marcuse in seinem Buch Triebstruktur und Gesellschaft sehr genau charakterisiert hat. Marcuse sagt mit Freud, dass der Sexualtrieb eigentlich polymorph-pervers ist. Das heißt, er ist offen für vieles und erst mal nicht eingeschränkt. Aber die bürgerliche Gesellschaft deklariert alles mit dem Tabu Perversion, was nicht der Fortpflanzung dient. Marcuse schreibt dann auch, Freud betont den exklusiven Charakter der Abweichung von der Norm, ihre Ablehnung des auf die Fortpflanzung gerichteten Sexualaktes. Die Perversionen drücken somit eine Auflehnung gegen die Unterwerfung der Sexualität unter den Befehl der Fortpflanzung aus und gegen die Institutionen, die diesen Befehl garantieren. Die psychoanalytische Theorie sieht in den Praktiken, und zu denen gehören natürlich auch die Analpraktiken, die die Zeugung verhindern, eine Opposition gegen die Fortsetzung der Kette der Fortpflanzung und damit der väterlichen Herrschaft. Einen Versuch, das Wiedererscheinen des Vaters zu verhindern. Und weiter heißt es dann bei Marcuse, in Herausforderung einer Gesellschaftsordnung, der die Sexualität als Mittel zu einem nützlichen Zweck dient, verteidigen die Perversionen die Sexualität als Zweck an sich. Sie stellen sich damit außerhalb des Herrschaftsgebietes, des Leistungsprinzips und bedrohen es in seinen Grundfesten. Sie stiften libidinöse Beziehungen, die die Gesellschaft verdammen muss, da sie eben den Zivilisationsprozess bedrohen, der den Organismus zu einem Arbeitsinstrument umgebildet hat. Sie sind das Symbol dessen, was unterdrückt werden musste, damit die Verdrängung, Siegen und die immer wirksamere Beherrschung von Mensch und Natur durchsetzen konnte. Ein Symbol der zerstörerischen Identität von Freiheit und Glück. Und Freiheit und Glück werden hier tatsächlich in diesem Film nicht mehr zusammengedacht. Und alles, was der Fortpflanzung nicht dient, muss deshalb ausgeschlossen werden. Die Homophobie des Films ist nicht bloß Beiwerk, vielmehr bildet sie den reaktionären Kern des Films. Alles, was der plumpen Reproduktionsideologie im familiären wie wirtschaftlichen Sinne zuwiderläuft, das muss weg. Diese Homophobie trifft sich dann auch mit der Frauenfeindlichkeit des Films. Alle Frauen, die nicht nur für die Reproduktion zur Verfügung stehen wollen, werden als Schlampen oder als Furien disqualifiziert. So darf auch die 50-jährige Frau, die ihren Mann verlässt, um mit einem Jüngeren durchzubrennen, das natürlich nicht genießen. Denn auch das ist ja eine Form der Sexualität, die nicht mehr auf Reproduktion ausgelegt ist. Alles, was nicht der Fortpflanzung und damit dem Fortbestand dieser verwahrlosten Bürgerwelt dient, wird zur absoluten Bedrohung erklärt. Weil diese Bürger nichts mehr selbst Identitätsstiftendes haben, alles leer und hohl ist, schaffen sie es nur noch durch die Exklusion des Anderen, sich irgendwie selbst zu konstituieren. Eine Tendenz, die wir natürlich momentan nicht nur auf der Leinwand erleben. Dafür aber ist die deutsche Filmförderung blind. Ihre Funktionäre schauen nur, aber sehen nicht. Vielen Dank.